Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingestellt habt und heute steht auch einiges auf dem Programm. Also dürfen wir nicht so lange rumlabern, sondern gleich loslegen. Ich will euch nur ganz kurz erzählen, was wir jetzt eigentlich machen. Und zwar geht es heute Abend um den Stall. Wir machen erst die Schweine, missten die halt. Aber Freunde, da habe ich einen Trick für euch. Wenn ihr zu Hause Schweine habt oder generell Tiere, das sind wahrscheinlich auch die meisten, die dann halt Landwirte sind. Also es geht jetzt nicht an euch, sondern an Leute, die aus der Stadt kommen. Liebe Leute, es ist immer wichtig, wenn ihr mistet, dass ihr das Tier vorher füttert, beziehungsweise die Tiere. Dann sind die nämlich nicht so aufgeregt und sind etwas abgelenkter. Und es ist halt auch das ganz Gute, wenn ihr denen einfach vorher ein bisschen was zu fressen gebt, dann könnt ihr ganz in Ruhe den Stall misten. Also werden wir erst die Schweine füttern, werden dann misten, werden dann das Gleiche bei der Ziege auch machen. Nur dass wir die Ziege nicht misten müssen, weil ich die schon vor zwei Tagen gemistet habe. Dann werden wir natürlich die Kuh auch noch füttern, um die dann auch noch zu misten. Und dann ist das Video auch schon fast vorbei. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, mal einen Kommentar da lasst und mich gerne abonniert, beziehungsweise mich abonniert, da jetzt in nächster Zeit wieder Videos kommen. Es kamen jetzt eine lange Zeit keine Videos. Trotzdem möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich so supportet und die Abo-Taste explodieren lasst, liebe Freunde. Ich hoffe, wir knacken irgendwann mal die 2000, aber bevor wir das machen, lasst mich erst mal zeigen, dass ich wieder da bin. Ich produziere wieder Videos für euch und es freut mich wirklich, weil es ist einfach so ein bisschen auch Leidenschaft, Videos zu produzieren mit Bauernhof gemischt. Wie gesagt, Freunde, freut mich, dass ihr hier seid. Bleibt auf jeden Fall dran, bis zum Schluss und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Für you I'm safe I'm safe For you For you I'm safe I'm safe We've been hunting more less Never stop no rest Till the stress is spread through my chest Till it's diamonds wrapping my neck progress To a guide from a goddamn mess Hopeless More tests More blessed Duck deep down trying to find my best Find a beast, head a killer conquest I'm next I'm two more till I'm two off Calm down to make new thoughts Like jumping off of that roof park Oh my devil when I do not To make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yours Stand only killing me Right in my brain Full of shame I don't wanna lose weight I'm full of stains Trying to find out my pain My system coming out of that ring My pain really liked him I'ma never slow down I'ma never behave I'm stuck inside this place Inside this cave It's taking over I'm 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 But I'm safe I'm You Will You You Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.